Fitness mit Marc. Best of. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Als Kind sammelte er Sticker und klebte damit alles voll. Marc Maslow! Ja, mein Moin. Moment mal, gar kein Intro diese Woche? Doch, das Intro kommt gleich. Fitness mit Marc macht wie jedes Jahr einen Monat Sommerpause und das bedeutet natürlich nicht, dass du leer ausgehst, sondern es bedeutet sogar was ganz Besonderes. Du bekommst die besten Inhalte aus Fitness mit Marc mit an die Hand. Denn ich bekomme regelmäßig das Feedback von Zuhörern, dass sie bestimmte Folgen mehrmals hören und beim zweiten Mal hören ganz andere Dinge nochmal für sich mitnehmen. Also viel Spaß mit dieser Best of Folge. Und wenn du dir gut tust, dann verändert sich auch dein Gefühl. Und eine Möglichkeit, da anzufangen ist Bewegung. Bewegung ist Fitnesstraining. Und sobald du anfängst, regelmäßig Bewegung in dein Leben einzubauen, Training in dein Leben einzubauen, fühlst du, wie du dich besser fühlst. Es ist egal, was da draußen passiert. Und deswegen lass uns heute mal back to the basics gehen. Wir reden über Fitnesstraining. Worauf kommt es wirklich an im Fitnesstraining? Am Ende der heutigen Folge kennst du die 5 Basics des Fitnesstraining und das ist nicht nur was für Einsteiger, sondern es ist vielleicht auch was für diejenigen von uns, die schon länger trainieren. Denn es ist immer, vielleicht gerade jetzt, eine gute Idee, einmal heraus zu zoomen und dir die Frage zu stellen, worauf kommt es wirklich an, wenn du fit werden willst und dich gut fühlen willst. Und die Antworten, die gibst gleich. Liebst du Bücher? Und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wäre es, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen? Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Markhörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de FMM wie Fitness mit Mark und dann Buch.de Unterstütze Fitness mit Mark und geh auf www.fmmbuch.de Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 Euro pro Monat. Ja, heute geht es um die fünf Basics des Fitnesstrainings. Ja, gestern war ich bei strahlendem Sonnenschein mit einem Freund um die Hamburger Außenalster laufen. Und was er mir nach der Runde sagt, ist, Mark, Training ist das beste Antidepressivum, das ich kenne. Und es stimmt doch, es gibt doch praktisch kein Training, nachdem du dich schlechter fühlst als davor, wenn du es richtig angehst. Und deswegen steht heute das Training im Mittelpunkt. Ganz klar, wenn du nach gut aussehen willst, dann darfst du auch Zeit ins Training investieren. Und vielleicht ist für eine sportliche Figur weniger nötig, als du bisher dachtest. Und der schöne Nebeneffekt ist doch, du fühlst dich einfach gut, du tust dir was Gutes und das kannst du jederzeit machen. Meine Empfehlung ist sogar, hier eine Gewohnheit aufzubauen. Und dabei hilft dir die heutige Folge. Die Trainingswissenschaft, die kann ja unendlich komplex sein. Gerade wenn du dich schon länger mit dem Fitness beschäftigst, dann weißt du, wie viele Meinungen es da draußen gibt. Und wie viele Diskussionen es auch regelmäßig darüber gibt, was denn jetzt das beste Training ist, was die beste Übung ist. Deswegen lass uns heute mal einen Schritt zurücktreten und uns die Frage stellen, worauf kommt es denn wirklich an, wenn du trainierst. Wir machen also einfach mal genau das Gegenteil von dem, was wir häufig erleben. Wir zoomen raus. Heute reden wir nicht über Perfektionismus, sondern wir reden über Prioritäten. Denn was ich häufig beobachte, ist, dass Menschen sich um die Details Gedanken machen und dabei das große Ganze vergessen. Du kannst diese Folge also als Wegweiser sehen für dein Fitnesstraining. Und wenn du willst, kannst du es auch gerne an andere Leute weiterreichen und empfehlen, denen diese Folge vielleicht auch helfen könnte. Lass uns mal über Perfektionismus beim Training reden. Perfektionismus heißt ja, dass wir viel Energie auf unwichtige Details verschwenden. Und dabei hilft uns die 80-20-Regel, von der du ganz bestimmt schon mal gehört hast. Wenn 20% der Dinge, die du im Training tust, für den Großteil deiner Ergebnisse verantwortlich sind, dann haben 80% deiner Handlung im Training bestenfalls nur einen geringen Effekt. Typisches Beispiel ist eine Frage, die ich immer wieder höre und die ist, Marc, ich möchte gern Fortschritte, bessere Fortschritte im Training machen. Welches Eiweißpulver ist denn jetzt das Beste? Soll ich dieses Whey-Protein A kaufen oder wäre es besser folgendes Casein-Protein oder soll ich lieber dieses vegane Mehrkomponenten-Protein nehmen? Und ganz klar, das ist eine super spannende Detailfrage, gerade für Fitnessfreaks wie mich. Und deswegen habe ich dazu auch schon Folgen gemacht. Aber wenn wir mal rauszoomen, dann ist es gar nicht so wichtig, welches Eiweiß du zu dir nimmst, sondern dass du überhaupt Eiweiß zu dir nimmst. Und vor allen Dingen bringt dir das herzlich wenig, wenn du nicht regelmäßig trainierst. Also, lass uns über Training reden bzw. das Training erstmal ins große Ganze einordnen. Dieser Podcast ist benannt nach der Marc-Formel und die besteht aus vier Elementen, die aufeinander aufbauen. Das fängt an mit dem mentalen Training. Also, was ist dein Warum im Training? Was ist das Ziel, das du erreichen möchtest? Und das könnte im Moment auch einfach sein, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte ein gutes Gefühl haben. Und vielleicht möchte ich auch stresslos werden, den Ereignis im Außen gerade bei mir auslösen. Das kann ein Ziel-Moment sein, was dein Training und was auch deine Ernährung angeht. Das Thema Ziele, das Thema Mindset, das fasse ich zusammen unter dem M, dem mentalen Training. Dann kommt das A, die ausgewogene Ernährung. Da hatten wir zum Beispiel letzte Woche einen wunderbaren Gast hier, den Dr. Georg Abel. Da haben wir viel über Ernährung geredet. Und heute reden wir über richtiges Krafttraining und Kardiotraining. Und was bedeutet denn eigentlich effektives Training? Und der Punkt ist der, solange du die fünf Grundsätze, um die es heute geht, nicht umgesetzt hast, brauchst du deine Zeit und deine Energie nicht auf alle anderen Detailfragen verschwenden. Und bleib bei mir, es kann gut sein, wenn du diese fünf Grundsätze jetzt hörst, dass sie dir banal erscheinen. Aber gerade deswegen, weil sie so einfach erscheinen, werden sie im Wust der Informationen da draußen oft schlicht und einfach übersehen. Und deswegen ist es so wichtig, gerade wenn du schon länger trainierst, dir das nochmal bewusst zu machen. Lass mich mit dem ersten, mit dem grundlegendsten Trainingsprinzip beginnen. Punkt Nummer eins und das ist das Fundament, überhaupt zu trainieren. Die wichtigste Voraussetzung beim Training ist, dass du überhaupt was machst. Ich weiß, wie trivial das klingt. Und der Punkt ist wichtig. Jedes Training ist besser als gar kein Training. Und deswegen frage ich dich, wie sieht es denn aus? Trainierst du regelmäßig? Bewegst du dich jeden Tag ein bisschen? Es gibt Menschen, die Stunden um Stunden in die Trainingsrecherche investieren oder Zeit mit anderen Dingen verbringen, ohne jemals mit dem Training anzufangen oder dran zu bleiben an ihrem Training. Und falls du dich jetzt ertappt fühlst und sagst, Mensch, Marc, da geht noch was, dann möchte ich dir diesen Gedanken mitgeben. Erledigt ist besser als perfekt. Jede Kleinigkeit, die du tust, hilft. Also, was kannst du heute tun, um ein bisschen Bewegung, ein bisschen Training reinzubekommen? Und wenn es nur ein Satz Liegestütze sind oder ein 30-minütiger Spaziergang oder ein Ganzkörpertraining, egal ob Bodyweight oder mit Gewichten, was kannst du heute tun, um überhaupt zu trainieren? Das bringt mich zum zweiten Punkt. Krafttraining ist wichtiger als Kardiotraining. Zumindest dann, wenn es dir darum geht, nackt gut auszusehen. Wenn du möglichst schnell sichtbare Veränderungen an deinem Körper erreichen möchtest, dann ist Krafttraining wichtiger als Kardiotraining. Ich höre das immer noch. Viele Menschen glauben, das Ausdauertraining wäre wichtiger, gerade wenn sie abnehmen wollen. Und auch wenn in den letzten Jahren viel passiert ist, dann stelle ich immer noch fest, dass Frauen Angst davor haben, zu muskulös zu werden und deswegen das Krafttraining verschmähen. Wer also nackt gut aussehen möchte, egal ob Mann oder Frau und darunter eine athletische, schlanke Figur versteht, dem empfehle ich, der empfehle ich, das Krafttraining hoch zu priorisieren. Krafttraining kommt zuerst vor dem Kardiotraining. Das Schöne am Krafttraining ist nämlich, dass es auch gut ist für das Herz-Kreislauf-System, genauso wie das Kardiotraining. Aber das Kardiotraining, das macht dich eben nicht stärker. Außerdem trägt das Kardiotraining nicht oder zumindest nur unwesentlich zur Entwicklung deiner Muskulatur bei. Und die Muskeln, die sind wichtig, die sind auch wichtig dafür, dass du dich gut fühlst und sie geben dir mehr Freiraum bei deiner Ernährung. Du kannst dir, wenn du es so willst, auch mehr Ausrutscher erlauben, wenn du eine trainierte, eine starke Muskulatur hast. Deswegen steht das Kardiotraining ganz oben an der Spitze der Markpyramide. Das ist das kleinste Element, das vierte, das letzte Element und belegt dadurch deutlich weniger Fläche als das Krafttraining. Krafttraining ist das wichtigste Trainingselement. Also lass uns noch mal tiefer in das Krafttraining einsteigen. Und da komme ich zum dritten Punkt. Grundübungen gehen vor Isolationsübungen. Wie sieht es denn bei dir im Training aus? Der Punkt ist ja der, Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining. Die wichtigsten Übungen in deinem Trainingsprogramm sind nun mal die Grundübungen. Das sind die freien Verbundübungen. Also Übungen wie Kniebeugen, Ausfallschritte, Kreuzheben, Rudern, Drücken. Übungen, in die mehrere Gelenke involviert sind. Nehmen wir das eine Beispiel, Bizeps Curls. Da haben wir nur ein Gelenk, das Ellenbogengelenk. Trizeps Drücken wäre ein anderes Beispiel für das gleiche Gelenk. Waden drücken. All das sind Übungen, in die nur ein Gelenk involviert sind. Die sind auch hilfreich, aber sie sind eben weniger wichtig. Die kleineren Übungen trainierst du idealerweise am Ende deines Workouts. Und wenn mal die Zeit knapp werden sollte oder du eben nur ein kurzes Workout durchziehst, dann fallen diese Übungen einfach weg und das ist auch in Ordnung. Denn die Grundübungen, die ziehst du in jedem Fall durch. Die Grundübungen sind es, die die 80% deines Erfolges ausmachen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Und freie Gewichte gehen vor Maschinen. Was meine ich damit? Nun, ich meine nicht alle Maschinen, sondern als Grundsatz haben die meisten Maschinen, die du im Fitnessstudio siehst, eine niedrigere Priorität als die freien Gewichte, die Kurzhanteln, die Langhanteln oder die Kettlebells. Es gibt ganz bewusst Ausnahmen von dieser Regel. Nehmen wir zum Beispiel mal den Kabelzug. Auch der ähnelt eher den freien Gewichten. Warum das Ganze? Nun, wenn dein Training nur aus Maschinenübungen besteht, wie zum Beispiel Bein-Curl-Maschinen, Beinstreckermaschinen, Adduktoren, Abduktoren oder Wadenheben, dann solltest du deine Prioritäten überdenken. Das wäre dann ein guter Zeitpunkt, um mit Ausfallschritten anzufangen oder Kniebeugen oder Kreuzheben. Denn diese Übung alleine, diese zwei oder drei Übungen alleine, die Grundübungen, die sorgen für schnellere Fortschritte als alle der Maschinen zusammen, mit denen du isoliert einzelne Muskeln trainieren kannst. Ja, und das bringt mich zum fünften Punkt, zum letzten Punkt. Wenn wir über Training reden, dann steht Kardiotraining hinter Krafttraining. Aber es ist ein wichtiges Element. Deswegen ist Punkt 5 Kardiotraining. Das ideale Trainingsprogramm, das enthält eben beides. Krafttraining auf der einen Seite und Kardiotraining, also Ausdauertraining auf der anderen Seite. Ausdauertraining hat eigene Vorteile für deine Gesundheit, deine Fitness und zusätzlich verbrauchts Kalorien. Und du fühlst dich danach einfach gut. Das gilt sowohl fürs Krafttraining und es gilt auf eine besondere Art und Weise eben auch fürs Kardiotraining. Und ähnlich wie beim Krafttraining können wir auch die Art des Kardiotrainings in eine Hierarchie bringen. Und lass uns das mal kurz machen. Es gibt Menschen, die machen den Fehler, ihr Ausdauertraining alleine nach der Dauer zu beurteilen. Und sie sagen dann, hey, ich habe hier 30 Minuten Kardiotrainiert. Und der Punkt ist der, auch da kannst du unterscheiden. Es gibt 30-minütige Trainings, die können viel effektiver sein als 45-minütige Trainings, denn es kommt natürlich auch auf die Qualität an. Und die bemisst sich nach deinem Ziel. Wer abnehmen möchte und wenig Zeit hat, der kann über die Intensität den Unterschied rausholen. Der kann die Intensität hochschrauben und dadurch in 30 Minuten oder in 15 Minuten ziemlich viel erreichen. Wenn du gesund bist, wenn du fit bist und keine orthopädischen Einschränkungen hast, dann kannst du durchaus eine kurze, intensive Kardioeinheit durchziehen und dadurch eine Menge Zeit sparen. Dann würde für dich das sehr intensive Ausdauertraining höher in der Hierarchie stehen. Das würde also bedeuten, sowas wie kurze Sprints mit Pause oder ein High-Intensity-Interval-Training. Auch dazu findest du bei mir auf dem Blog oder auch hier im Podcast einige Folgen. Du könntest auch ein Burpee-Workout machen. Also ein Kardiotraining kann durchaus auch aus Kraftübungen bestehen, die dann eben nicht allzu schwer sind, aber die du mit einer hohen Intensität durchführst, sodass der Puls ordentlich nach oben gebracht wird. Und damit sind wir schon mit den fünf Punkten durch. Ich möchte noch ein bisschen was zum Grundsatz sagen. Wir hatten ja gesagt, die Details, die spielen keine so große Rolle, wenn du dich auf die Basics besinnst. Jetzt ist ja die Frage, spielen die Details überhaupt eine Rolle, wenn du diese Grundsätze befolgst. Und es gibt Menschen, die diese 80-20-Regel missverstehen und glauben, alles andere sei komplett egal. Und auch wenn das manchmal von der Wahrheit gar nicht so weit entfernt ist, stimmt es so allgemein formuliert natürlich nicht. Die übrigen 80 Prozent der Dinge, die du tun könntest, sind mehr oder weniger Feintuning. Wenn du also bei den Basics noch Baustellen hast, dann solltest du dich erst mal um diese Dinge kümmern, bevor du ins Feintuning gehst. Wenn du nun schon ein sehr hohes Fitnessniveau erreicht hast, dann geht es natürlich ins Feintuning. Dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dir die anderen 80 Prozent vorzunehmen. Und ich stelle immer wieder fest, auch bei Menschen, die schon sehr lange trainieren, macht es Sinn, erst mal auf die Basics zu gucken. Das ist auch das, was wir bei uns im Coaching als allererstes machen und wo wir feststellen, die meisten Menschen haben da noch viel Potenzial, bevor sie auf die anderen 80 Prozent gehen können. Hier ist so ein Grundsatz, den ich von Brian Tracy mitgenommen habe. Über den habe ich auch in meinen Buchempfehlungen auf der Seite schon häufiger berichtet. Der hat mich sehr geprägt, auch generell da, wo es darum geht, seine Ziele zu erreichen. Und er nennt das das Winning-Edge-Konzept. Das ist folgendermaßen, das ist ein ganz einfacher Grundsatz. Alles, was du tust, verringert oder vergrößert die Distanz zu deinem Ziel. Es gibt also keine neutralen Tätigkeiten. Und das gilt auch für dein Training. Dieses Prinzip spielt besonders dann eine Rolle, wenn wir über Wettbewerb reden, zum Beispiel im sport-sportlichen Wettkampf oder eben auch beruflichen Wettkampf. Im Wettkampf kann ein hauchdünner Unterschied alles entscheiden. Das haben wir zuletzt bei Olympia gesehen. Spielen also die Details eine Rolle? Ganz klar, auf dem Niveau geht es vor allem um die Details. Frag ein Olympia-Schwimmer, der durch eine hundertstel Sekunde Vorsprung auf seinem Verfolger dann die Goldmedaille bekommt versus die Silbermedaille. Also da geht es nur um die Details. Im Leistungssport spielt alles eine Rolle, alles zählt. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn alle anderen Einflussfaktoren konstant bleiben, dann können die ein oder zwei Gläser Wein am Abend einen Menschen schleichend übergewichtig werden lassen. Oder sie können seinen Schlaf so beeinflussen, dass er nicht ordentlich regeneriert und sich am nächsten Tag nicht gut fühlt. Und das kann auf lange Zeit einen Riesenunterschied machen. Das heißt, wenn wir wieder zurück zur 80-20-Regel kommen, dann bedeutet diese Regel nicht, dass die Details keine Rolle spielen oder unwichtig sind, sondern sie bedeuten nur Folgendes. Du solltest deine Zeit nicht mit den Details verschwenden, bevor die Grundlagen nicht geklärt sind, bevor du die Grundlagen nicht im Griff hast. Wichtige Dinge dürfen nie den unwichtigen Dingen untergeordnet werden. Das hat sogar unser großer Schriftsteller Goethe mal so formuliert. Und deswegen, auch wenn es für dich heute nichts Neues war, hoffe ich, dass ich dir vielleicht trotzdem einen Impuls mitgeben konnte. Fazit der heutigen Folge ist, wenn wir Bücher lesen, wenn wir uns Websites anschauen oder soziale Medien, dann ist es leicht, bei all der Fülle an Informationen im Detail den Blick fürs große Ganze zu verlieren. Und eine entscheidende Information, die fehlt dabei meistens, und das ist die Frage, was von all diesen Details ist wirklich wichtig. Und diese Methode, dass wir mal rauszoomen, ist, finde ich, eine gute Sache, die jeder ab und an mal machen sollte. Und dann nochmal zu korrigieren, gegebenenfalls nachzujustieren, habe ich die Basics eigentlich im Blick und habe ich die abgehakt. Und fünf Trainingsbasics haben wir heute besprochen für das Thema nackt gut aussehen, für das Thema Fitness. Und du tust dir etwas Gutes. Und das sind die folgenden, die gehen wir nochmal kurz durch. Punkt Nummer eins, das aller, aller Wichtigste. Jedes Training ist besser als gar kein Training. Punkt Nummer zwei, wenn du trainierst, dann bringt dir das Krafttraining langfristig mehr als das Ausdauertraining. Würde das Thema nackt gut aussehen. Punkt Nummer drei, im Krafttraining, jetzt gehen wir ins Krafttraining rein, sind die Grundübungen am wichtigsten. Die kommen vor den Isolationsübungen. Wenn du wenig Zeit hast, kannst du die Isolationsübungen also weglassen. Grundübungen sind die 80% Erfolg. Punkt Nummer vier, freie Gewichte kommen vor Maschinen. Und Punkt Nummer fünf, intensives Kardiotraining ist effektiver als weniger intensives Kardiotraining. Und auch hier gilt natürlich wieder der Punkt Nummer eins, jedes Kardiotraining ist besser als kein Kardiotraining, wenn wir über den fünften Punkt reden. Ich habe in meinen ersten Trainingsjahren, das ist schon ein bisschen her, ich trainiere jetzt schon über 25 Jahre, aber in meinen ersten Jahren habe ich gegen praktisch jeden dieser Grundsätze verstoßen, bin in die gleichen Fallen getappt wie viele, viele Menschen. Und falls es dir jetzt ähnlich geht und du merkst, oh, vielleicht könnte ich an meinem regelmäßigen Training noch was ändern, vielleicht könnte ich überhaupt trainieren oder vielleicht könnte ich auch ein bisschen mehr Krafttraining machen, dann ist das völlig in Ordnung. Du weißt jetzt, wo du angreifen kannst und der Punkt ist der, bevor du diese Trainingshierarchie umgesetzt hast, kannst du dir die meisten Detailfragen sparen. Zum Beispiel kannst du dir die Frage sparen, welche Kniebeugenvariante ist die beste, denn am wichtigsten ist, dass du überhaupt dieses Bewegungsmuster trainierst oder du kannst dir auch die Frage sparen, ob dir Bizeps Curls besser mit Lang- oder Kurzhanteln sind, wenn du die Grundsätze nicht berücksichtigst. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dein derzeitiges Trainingsprogramm, deine jetzige Routine einmal durchzugehen und über diese fünf Grundsätze abzuprüfen. Und generell wirst du feststellen, wenn du dich bewegst, dann fühlst du dich danach einfach besser. Egal, was passiert. Und deswegen wünsche ich dir eine wunderbare Trainingswoche und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Mach's gut und bis dann. Diese Fitness mit Marc-Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95. Auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 pro Monat und zwar für die ersten sechs Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmm wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein oder auf deinem Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.